Mann, Alter, gib mir doch die nice Banane, Diggi. Komm, geh mal in mein Gameplay rein, guck mal die neuen Level. Yalla. Ich sag euch ehrlich, ich würde mich besser fühlen. Hätte ich die Banane. Hä? Scheiß auf. Die Musik ist so geil, ja. Direkt ins Finale. Dieses Scheiß-Level, Digger. Kein Problem. Wir machen einen sicheren Hasen. Einen sicheren Hasen für das direkte Finale. Fürs direkte Finale, Digger, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Egal, wir sind direkt im Finale. Und direkt auch wieder wahrscheinlich draußen, Digger. Aber danach ziehen wir die Banane, Digger. Wenn ein gutes Finale kommt, dann hat man Chance. Wenn wieder so ein komisches kommt, dann Moistimeyer. Ja, Bruder, das ist halt einfach, Digger. Ach, ich, Bruder. Ja, scheiß drauf. Hab ich noch nie gewonnen. Hab ich noch nie gewonnen. Also im Finale. Ja, leck meine Mutter. Das ist so, also das ist so schlecht an dem Spiel gemacht. Jetzt bist du halt schon raus. Du brauchst gar nicht mehr weiterspielen. Und das ist so doof, das ist so doof gemacht in dem Finalspiel, Digger. Jetzt mal real talk. Ich kann stehen bleiben. Ich hab gar keine Chance mehr. Das macht gar keinen Sinn, Bruder. Du brauchst eine Viertelstunde, um ins Finale zu kommen. Machst einen kleinen Fehler am Anfang und bist sofort raus. Das macht gar keinen Sinn, Digger. Das ist einfach dumm gemacht in dem Spiel. Das ist einfach schlecht gemacht. Das muss man fairerweise so sagen. Das macht keinen Sinn. Ist bei Fallgeist auch so? Nee, Digger. Bei Fallgeist ist das anders, Bruder. So, Banane. Ey, das ist eine Frechheit, Digger. Banane! Mit der Sprachnachricht! Banane! Ja! Wichtig und richtig, Digger. Geil. Die Banane, die ist es, Digger. Die ist es. Geil. Da ist sie. Und direkt ausrüsten. Da ist sie. Digger. Guck mal, wie cool die ist. Rein in die Runde, Digger. Alle werden Auge schmeißen, Digger. Guck mal, Digger. Niemand hat die. Niemand hat die Banane, Digger. Guck mal, Bruder. Guck mal, wie cool die aussieht, Digger. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ah, ich bin raus! Ne, vielleicht auch nicht. Ey, du Uren! Ey, egal. Scheiß drauf. Let's go! Ich bin raus, Digger. Der Bananen-Skin ist es nicht, Digga Der Bananen-Skin ist es nicht, Chat Der Scheiße an den Fingern, Digga Der Bananen-Skin ist es nicht Neue Runde, komm So, jetzt aber Jetzt aber ins Finale mit der Banane Wir machen die Außenpolitik Ah, oder auch nicht Also nicht die Außenpolitik, wie gerade Das war Fehler im System Ich wollte schon einen Trick machen Aber hab ihn verkackt Macht nichts, wir kommen trotzdem weiter Oh mein Gott, international gewesen Gerade hier unterwegs International unterwegs Ja Und noch Box verteilt in der Hood Oh Oh Das ist ein Karma-Spiel, Bruder Das ist ein richtiges Karma-Spiel, Bruder Ey, mein Controller ist disconnected Ey Oh mein Gott Da war schon Karma-Spiel, Bruder direkt Verpisst euch Hört auf zu kuscheln Ja, Box die andere Das ist gut so Mach kein Auge auf Mr. Banane, Digga Mr. Banane besitzt Ehre Ja, so ist gut Mr. Banane ist korrekt zu jedem Man kann sie essen Man kann sie sich in den Arsch stecken Mr. Banane ist für jeden da Für jeden, Bruder Ja, zwei Stück noch Noch kurz Karma hier, oder was? Ich will jemand boxen, Digga Ey, du Jawohl Wichtig, Digga Wir sind im Finale mit Mr. Banane, Digga Und jetzt kommt wieder so ein Scheiß-Level Ein gutes Finale Bitte, bitte Ein gutes Finale Bitte Ja, okay Damit kann ich leben, Bruder Ein gutes Finale Ja, der macht diese komische Politik, Bruder Oh, oh Okay Und jetzt muss ich Das ist schon Und jetzt kann ich Und jetzt kann ich W Was oh mein gott es war so gut gespielt vom jahr einrichtiger wieso zockt und dann nicht dass die elitrix die tage du meinst die modern warfare beta ich habe meinen modern warfare beta key an excel geschenkt gefragt ob ich ein beta key habe ich hatte genau ein und den habe ich extra gegeben das open beta ja ich war ja ich weiß dass es jetzt open beta ist das ist mir klar oh oh jawohl ob ich die beta runtergeladen habe nein internationaler tiktok clip oh mein gott oh mein gott oh mein gott er war international unterwegs digga krass digga heftig er hat einen internationalen run gemacht das war einfach nur geradeaus durchgefühlt alter heftig oh mein gott als finale digga und es gibt hier so eine abkürzung und ich kenne die nicht ich bin gut unterwegs ich würde das so gerne gewinnen ich bin ein fettsack oder bin ich erster vielleicht bin ich vielleicht erster bin ich vielleicht erster bin ich vielleicht erster ich weiß es nicht ist einer vor mir ich bin erster ich bin erster das erste mal dass wir das wasserrutschenspiel das wasserrutschenspiel im finale hatten und ich bin nicht gut gerutscht hab die hose nicht in die arschritze gezogen aber mr banane hat die regel digga geil bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal